Bald gibt's 21 neue Emojis bei WhatsApp. Dann könnt ihr zum Beispiel Herzen in drei neuen Farben oder ein kopfschüttelndes Gesicht verschicken. Und, darauf freue ich mich besonders, endlich gibt es neue Handgesten, mit denen man Freunden virtuell ein High-Five geben kann. Außerdem kommen bei den Tieren ein Esel, ein Elch und eine Qualle dazu. Und wer schon oft mal Ingwer oder eine Erbsenschote verschicken wollte, muss bald nicht mehr drauf verzichten. Die sind auch mit dabei. Genauso wie Flügel, ein Kamm, Instrumente und Co. Wenn du Tester der neuen Beta-Version für Android bist, kannst du die neuen Emojis sogar schon verschicken. An alle anderen, keine Sorge, es soll wohl gar nicht mehr lange dauern, bis sie auf allen Smartphones verfügbar sind. Was ist dein absolutes Lieblings-Emoji? Schreib's uns unbedingt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.